Der Bruder fragt, ist es verpflichtend, die Sur in der Reihenfolge zu rezitieren? Zum Beispiel, in der ersten Raka'ah lesen wir Al-Fatihah und danach Surat An-Nas. Surat An-Nas ist welche Surah im Koran? Die letzte. Die letzte, sehr gut. Alhamdulillah. Du liebst den Koran, inshallah? Möge Allah dich liefen. Amin. Sagt Amin. Amin. Allah. Alles Geiz hält sich hier, siehst du. Subhanallah. Die wollen dir nicht mal das Gute geben. Jetzt lesen wir in der zweiten Raka'ah Al-Fatihah und Qulhuallahu Ahab. Waren wir im Tartib? Waren wir in der Reihenfolge? Nein. Ist dieses erlaubt, das zu machen? Nein, das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Und die Salaf-Gelehrten sagen, dass dieses unter den Gelehrten, unter den meisten Gelehrten erlaubt war. Und dieses mit der Überlieferung, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat einmal, bleibt mit mir, welches Surah gelesen? Erstmal Surat Al-Baqarah, dann? Surat Al-Nisa. Obwohl, was kommt nach Al-Baqarah? Ali Imran. Und das ist ein Beweis. Und dann hat er erst nach Nisa Ali Imran gelesen. Das war im Tartib, in der Reihenfolge oder nicht? Nicht in der Reihenfolge. Eine andere Überlieferung bei Al-Bukhari. Und dann, die Sahaba kamen, haben sich beschwert beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weil derjenige, der für sie vorgebetet hat, hat immer nach Al-Fatihah erst mal Qulhuallahu ahad gelesen und dann eine andere Surah. Und dann eine andere Surah. Und dann sind sie zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam gegangen und wollten ihn indirekt sagen, wen hast du uns da vorgesetzt? Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihn bestellt und ihn gefragt, warum liest du vor jeder Surah Qulhuallahu ahad? Dann sagte er, weil ich Allah liebe. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und Allah liebt dich. Qulhuallahu ahad ist welche Surah? Er die? Einer der Letzten oder der Vorigen? Einer der Letzten. Das heißt, er hat auch manchmal Surah gelesen, die davor waren. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Einer der Letzten oder 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 der Letzten Untertitelung des ZDF, 2020